Tinte im Büro. Lohnt sich das überhaupt? Davon sind immer mehr Unternehmen überzeugt. Innovative Tintenstrahler wie dieses Office-Gerät drucken mit einer Patronenfüllung bis zu 9200 Seiten in Schwarz-Weiß und 6600 Seiten in Farbe. Das sind in Schwarz-Weiß etwas mehr als 18 Pakete A500 Blatt. Das entspricht der Menge an Blättern, die hier neben dem Tintenstrahler gestapelt ist. Ein beachtliches Türmchen. Dank der sogenannten Page-Wide-Technologie druckt der Tintenstrahler mit 70 Seiten pro Minute bis zu doppelt so schnell wie ein vergleichbares Lasergerät. Die Schnelligkeit kommt daher, dass der Druckkopf feststeht. Er nimmt die gesamte Seitenbreite ein, das Blatt wird an ihm vorbeigeführt und in einem einzigen Durchlauf mit einer speziell pigmentierten Tinte bedruckt. Der Vorteil der pigmentierten Tinte ist, dass sie schnell trocknet und nicht verwischt, wenn ich einen Satz sofort nach dem Druck mit einem Textmarker überstreiche. Das ist eines der Kriterien für Dokumentenechtheit. Die Office-Tintenstrahler eignen sich damit auch beispielsweise für den Einsatz bei Steuerberatern und Notaren. Fazit Der HP OfficeJet Pro X ist ein angenehm leiser, energiesparender und effizienter Partner am Arbeitsplatz.